So, und da gibt es heute mal noch eine Folge zum Thema FLYV-Umfragen. Es ist ein kleines Format, was ich jetzt zum zweiten Mal quasi mache. Und es kam erst mal einigermaßen gut an, ich muss sagen. Die Umfragen kommen gefühlt besser an als die Umfragebesprechungen. Aber mal schauen, wir probieren es einfach mal. Und wenn es halt gar nicht läuft, dann stampfe ich das Ganze wieder ein. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Vor allem ist kommen, wie hier zum Beispiel, immer wieder Ergebnisse heraus, die ich so überhaupt nicht erwartet habe irgendwie. Also zumindest halt nicht so in diesem extremen Ding. Und damit gleich mal zur ersten Frage. Wie siehst du die Einführung von Premium-Gebieten, wie zum Beispiel Astria, Ratesia und so weiter? Finde ich krass. Nur, in Anführungsstrichen, 64% sagen, hat das Spiel verbessert. Also zwei Drittel sagen, ja, geil. Aber ein ganzes Drittel sagt, so, hat das Spiel verschlechtert. Finde ich krass. Und klar, ich meine, natürlich muss man sagen, Extrakosten ist natürlich wahrscheinlich hier ein großer Faktor. Aber 36% ist halt schon wirklich krass. Weil man muss jetzt sagen, man ist nicht gezwungen, Astria zu leveln. So klar, wenn man halt competitive bleiben will, dann muss man halt nach Astria und Ratesia. Aber man kann ja auch ein Material weiter leveln. Und deswegen denke ich mal, dass es gar nicht mal nur die Kosten sind, die hier 36% ausmachen. Sondern, dass einfach viele sagen, so, ja, es hat damals einfach mehr Spaß gemacht, in Matrigal zu leveln. Und diese gewissermaßen schon auch ein bisschen overpowereden Level-Debiete, wie Astria zum Beispiel, sind halt schon irgendwie uncool gewissermaßen. Und muss ich mal dazu sagen, so, damals, man konnte ja eigentlich kaum wirklich Geld verdienen in Vlife. Gerade im Low-Level. Ich meine, später wurde es auch nicht wirklich viel besser, halt außer durch Dungeons. Aber, äh, ein Tag Astria, hat man mal damals zu mir gesagt, ein Tag Astria bei Augu, Mutant Augu, machst du roundabout 50 Mio. Und das war damals so krank viel. 50, 50 Mio waren damals, ich meine, ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst noch. Ich meine, ich habe letztens die Umfrage gemacht, wie lange schon Vlife spielt. Und, äh, die meisten Spieler, die haben ja schon seit, 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 keine Ahnung, weiß ich nicht, seit dem Mauerbau gefühlt. Ähm, und, ich meine, ihr wisst es ja selbst deswegen. Also, und das finde ich echt krass irgendwie so. Also, ähm, ja, das war halt damals einfach so krass viel. So, 50 Mio, das ist halt schon, das war einfach geil. Und natürlich, wenn man levelst in Matrigal, was tropfst du in einem Tag, wenn du levelst? Ähm, keine 50 Mio, vielleicht 10, 20, wenn es hochkommt. Ja, und, ähm, der ist natürlich dann in Astria schon geil. Dann hast du vor allem bessere Spawns, die halt in Vlife generell einfach pauschal verkackt wurden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was das Problem ist in Vlife. Aber, Vlife kann einfach, also, offi Vlife hat einfach keine guten Spawns. Ich weiß nicht warum. Ähm, halt nur in Astria gefühlt. Und in Ratesia. Also, das ist halt nochmal so ein ganz großer Punkt. Aber, wie gesagt, hab mich verwundert, hab ich nicht erwartet. Und find ich krass. Genau, hier ist dann auch die zweite Umfrage. Hier hab ich nur den Tag vergessen. Wann habt ihr Vlife angefangen? 45 Stimmen? Ähm, fast zum Launch. 20 Prozent. Das ist echt krass. Da muss man mal überlegen. Der Launch war vor, Alter, das ist einfach fast 20 Jahre her. Zwei Jahrzehnte. Fast ein Vierteljahrhundert. Ja, müsst ihr mal überlegen. Einfach fast ein fucking Vierteljahrhundert. Äh, also, holy fuck. Ähm, vor 2007 sagen 36 Prozent, also muss ich mal dazu sagen hier, äh, sind 56 Prozent, die innerhalb der ersten drei Jahre angefangen haben. Fast die Hälfte der Vlife-Spieler spielt seit den ersten drei Jahren. Das ist echt übel. Und vor 2012, das stimmt, äh, ähm, stimmt, das trifft auch auf mich zu, ich hab 2008 angefangen, äh, oder 2007, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Wait, stopp, ich hab meine eigene Umfrage falsch interpretiert. Vor 2007, äh, das heißt 2005, 2006, äh, ne, stopp, okay, also 50 Prozent, die Hälfte der Spieler hat sogar in den ersten zwei Jahren begonnen. Ähm, und, äh, was haben wir hier, 60, äh, äh, 96 Prozent? Ja, klar, 96, boah, 96 Prozent spielst seit, ähm, 2012 oder früher. Alter, das ist echt krass, 96 Prozent, 96, fast, Alter, das ist übel. In den letzten zwölf Jahren kamen einfach keine Vlife-Spiele mehr dazu. Natürlich, Vlife-Universe ist ein anderes Thema, aber, halt, das ist, das ist echt übel, das ist echt krass. Man muss auch mal so sagen, wenn ein Spiel wirklich Spaß macht, ähm, wie loyal das einfach auch in der Community sein kann. Also, ich meine, schau doch mal zum Beispiel Last Epoch an. Das ist vor ein, zwei Jahren gelauncht. 99 Prozent der Spieler verloren. Die sind von 264.000 Spielern Peak auf zweieinhalbtausend runter. Die haben weniger Spieler als Vlife, ja, das muss man sich mal vorstellen. Also, ich meine, neue Spiele sind nur noch Eintagsfliegen. Und, das ist halt schon krass, ja. Also, wie gesagt, eine krasse Umfrage, habe ich so nicht erwartet. Äh, hier jetzt noch ein paar coole Kommentare. 2006, 2007 auf Burudeng. Weiß noch, dass damals keine Level 120 erreicht hat. Ähm, genau, ich weiß nicht mehr, was damals das Maximallevel war. Ich dachte mir, es wäre 113 gewesen, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ähm, genau, Kampf und Matrigal, Akt 3, da kann ich mich noch dran erinnern. Nicht, weil ich, ich glaube, ich war nicht anwesend. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm. Genau, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Akt 5 war so, glaube ich, angefangen. Äh, Akt, Akt 3. Was waren Akt 3? Akt 3 war V, 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 7, 8? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, habe ich, habe ich kaum net verdrängt irgendwie. Ähm, wenn nicht jemand weiß, was Akt 2 hier ist, schreibt es mal gerne Kommentare. Ähm, das sind ja wichtige, äh, 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 Dinge, ähm, der Geschichte, die wir hier, äh, aufarbeiten. Also, ähm, genau, vor Tower und vor Lord System, ist krass. Vor allem, ich meine, Tower und Lord System gab es doch gefühlt schon immer einfach. Also, es ist halt echt krass. Ich meine, wie viel, wie lang diese Jahre einfach sind. Wenn man zurückblickt, so, 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 so. Es ist, es ist komplett mindblowing für mich einfach, so. So, wenn ich gerade mal so überlege, so, so, ich war schon immer im Tower irgendwie unterwegs. Ich war schon, es gab schon immer irgendwie einen Lord. Und wenn ich mal überlege, so, wie lang, dass ich, oder wie viele Erinnerungen, dass ich irgendwie gerade schon an einen Lord oder an einen Tower habe. Also, wenn ich einfach mal so Jahr für Jahr irgendwie zurückgehe, von Server zu Server, von P-Server zu Offi. So, alter, es ist halt so ewig lang einfach her. Also, es ist echt krass. Und dann haben wir da auch die letzte Umfrage. Und zwar, wer für euch ein neues, modernes Flive, in Glammern 2, also Flive 2, zum Beispiel ohne Mikrotransaktionen, dafür nur im Singleplayer eine Option? Ja, nein. 20% sagen super, 22% sagen überlegenswert. Und, ja, fast 60% sagen nein. Ja, ich habe sowas ein bisschen erwartet. Es ist, also die Umfrage ist im Prinzip so eigentlich mehr so eine kleine Marktanalyse für mich gewissermaßen. Ich habe ja schon so mit den Gedanken ja gespielt, vor langer Zeit, vor einem halben Jahr oder so, wie viel Arbeit halt so ein, ich sage jetzt mal, neues Flive im Prinzip halt wäre, wie viel Zeit, Arbeitskraft und Co. will man dafür brauchen, vielleicht auch wie viel Geld und ist es halt solo machbar und solche Sachen eben. Ja, ein Flive im Singleplayer, ohne Multiplayer, ohne Server, ohne Anti-Cheat, Anti-Hack, ohne PvP, ohne all dem ganzen Shit, wäre halt tatsächlich machbar. Natürlich, die Sache ist, wenn nur ein Fünftel sagt, so, ja, da bin ich sofort dabei, dann ist die Zielgruppe natürlich sehr klein. Überlegenswert, ich sage mal so wahrscheinlich 50-50, 50% sagen trotzdem so, ja, lass mal. Und die andere Hälfte sagt dann so, ja, gut, doch, vielleicht gar nicht so kacke. Dann sind wir halt bei knapp einem Drittel der Spieler, die halt dann tatsächlich dafür in Frage kämen. Und, mh, es ist eine schwierige Sache. Ich verstehe natürlich, es gibt Gründe, warum man Flive mit Multiplayer spielen will. Natürlich, man will sich messen, man will sich gegenseitig sehen, man will chatten, ganz großes Ding. Man will vielleicht auch mal gut miteinander leveln, das ist, glaube ich, jetzt eher sehr selten geworden, aber halt Dungeons zusammen machen. Ja, Dungeons ist halt wirklich ein großes Ding. Und gut, ich glaube, PvP, irgendwie so GW oder so, ich weiß nicht. Ich meine, ein besseres Flive, dafür halt ohne GW, ich glaube, das wäre halt verkraftbar, oder? Ich denke schon. Ja, im Prinzip, damit das halt wirklich fair ist und fair bleibt, müsste man halt effektiv alles, also, sagen wir mal so, im Singleplayer wäre das halt echt wahrscheinlich machbar. Man bräuchte halt zwei Designer und zum Beispiel ich als Programmierer. Das wäre machbar. Es wäre tatsächlich umsetzt, weil ich habe schon echt viel gebrainstormt drüber, ich habe auch mit Dani drüber geredet und so. Und er ging auch noch einen Schritt weiter und zwar meinte er, was wäre dann, wenn man einfach so einen Mix macht? Das heißt, wenn man quasi wie so eine Art Co-op-Modus macht, allerdings alles, also quasi, dass das Spiel primär Singleplayer ist, aber manche Sachen werden synchronisiert. Das bedeutet, man könnte sich zum Beispiel einfach sehen. Man hat quasi einfach einen, entweder einen Build-O-Server oder halt einfach irgendwie, man lässt es über Co-op laufen, das quasi halt irgendwie halt random Host ist, so zum Beispiel wie in den COD-Lobbys. Es gibt auch keinen Server im Prinzip, jeder ist halt, also, es kann jeder theoretisch Host sein, der mit dem besten Ping oder mit dem besten Internet. Das wäre machbar, dass man quasi einfach die Position entzüngt. Natürlich, man dürfte trotzdem nichts einbauen, was irgendwie competitive ist, kein PvP, kein, ja, Handeln wäre natürlich auch schon schwierig, denn das Problem natürlich ist immer, man kann in Singleplayer-Spielen cheaten. Man kann einfach die Save-Game editieren. Wer Host ist, hat die Macht über das Game, über die Spieler. Das ist natürlich ein sehr großes Problem. Und insofern dürfte man eigentlich nur Positionen synchronisieren und vielleicht, ich schätze natürlich, klar, ja, man könnte eben auch dann, also quasi Charaktere mit, also klar, die Positionen, das sind quasi halt die Positionen der Spieler. Da wird dann zum Beispiel auch das Spiel angezeigt, dann eben dieses Equipment und so weiter, also so wie ein Flyfe effektiv. Aber alles andere wäre halt dann eigentlich schon kritisch, denn Handel wird, glaube ich, nicht funktionieren. PvP, wie gesagt, undenkbar. Und auch Dungeons, naja, ich meine, da sind die Idee, war es, wenn man sagt, es werden quasi einfach nur Positionen und das Equipment synchronisiert, das heißt, der Schaden wird dann quasi live berechnet, bei dem Spieler oder bei dem Host. ist aber halt alles sehr, sehr, ja, ist nicht so 100%, sagen wir mal so. Denn es kann halt einfach sein, irgendwie, also es wäre halt einfach sehr unsynchronisiert, das Ganze. Und ja, ich glaube, das würde nicht wirklich gut rüberkommen, und es wäre so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ja, was man halt so wie gesagt machen könnte, wäre halt einfach, dass man sich Ingame sehen kann, dass man sich vielleicht auch inspekten kann, dass man sich Equipment sehen kann, dass man chatten kann, dass sich quasi das alles relativ wie Multiplayer anfühlt, nur, dass man halt quasi nichts miteinander machen kann. Und ich weiß es nicht, ob das vielleicht tatsächlich, ja, überlegenswert wäre, aus meiner Sicht, sowas umzusetzen. Denn, ich meine, die Kosten dafür, also die Entwicklungskosten, beziehungsweise, das ist jetzt auch mal ein Aufwand damit gleich, die wären halt überschaubar. Ja, weil das Problem ist halt, wenn du, angenommen, man bringt jetzt Flive 2 als Steamcam raus. Erstens mal, was man kosten. Zweitens mal, du willst es ja auf den ganzen Weltspiel übermachen. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland hoste, und es kommt irgendwie dann Chineser, dann hat der ein 300 Ping. Das heißt, ich brauche einen Server in Europa, in den USA, in China, vielleicht sogar in Afrika oder so. Keine Ahnung, vielleicht in Australien, who knows. Und, naja, solche Serverkosten, sind dann mal schnell ein paar hundert Euro im Monat. Ganz schnell. Und sehr viel Arbeit. Dann braucht man DDoS Protection und so weiter. Also, 5, 6, 7, 800, vielleicht 1000 Euro im Monat. Absolut realistisch. Und ich meine, ich weiß nicht, wie, ich meine, klar, Flive kann gut Geld einbringen und ein neues, ein neues, besseres Flive und auch besser als Universe. Vielleicht nicht vom Content her, wird es natürlich viel weniger sein, vielleicht ein Zehntel oder ein Zehntel oder Fünftel davon. Aber, ich sage mal so realistisch, ein Achtel davon, glaube ich, wäre machbar. Ähm, aber, mh, dafür einfach besser und einfach halt irgendwie ohne Mikrotransaktionen, vielleicht, dass es DLCs gibt, was irgendwie quasi neuen Content freischaltet, ähm, aber alles andere ist wirklich 100% ingame farmbar. Das ist halt für mich persönlich eine Art von Flive, die ich cool finden würde. Ähm, kann grindy sein, aber halt eben nicht so krass, dass du halt dann irgendwie auf Level 130 irgendwie dann 10.000 Mobs killen musst für ein Level ab. Das ist einfach schwachsinnig. Also, ich weiß nicht alles. Also, ja, was soll man sagen? Ich meine, ich weiß nicht, wo man die Grenze zieht. Ich meine, 0,02% finde ich schon anstrengend. 0,03% fände ich vielleicht doch so okay, dass man halt so sagt, okay, 0,03%, also ungefähr so 3.000 Mobs pro Level, dass man es quasi halt ercappt. Oder 3.000, 3.33 Mobs, um genau zu sein. Ähm, das fände ich halt irgendwie noch so okay. Und, dass man halt quasi von da aus dann quasi halt eben, das Spiel weiterentwickelt und das Spiel finanziert sich dann quasi durch, ähm, ja, durch, durch, durch DLCs quasi. Natürlich, es würde nicht günstig werden, denn so eine, äh, Entwicklung, die halt, äh, quasi nie endet und, äh, sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit beansprucht und einfach auch sehr viel, ähm, naja, ich sag jetzt mal, Arbeit von Game Designer braucht, die ich dann quasi engagieren muss. Dann, ihr müsstet mal überlegen, so ein, ich meine, wie viele verschiedene Flive-Mobs gibt's von Level 120 auf 130. Alle Level-Mobs, alle Event-Mobs, alle Dungeon-Mobs. Da bist du bei 50, 60, 70 wahrscheinlich, ja, überleg mal allein am Minus-Mobs, wie viele verschiedene Mobs gibt's am Minus? 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Ähm, mit mit Bossen und Bossen natürlich, klar. Dann hast du die normalen Mobs, also die Level-Mobs, hast du 10 Stück oder so. Ähm, also, da hast du halt sehr schnell sehr viele Dinger. Hast du auch sowas wie Barger oder so, äh, oder, oder, was weiß ich, also, das ist halt sehr viel. Dann brauchst du die, die, die Maps, gut, ich meine, gut, Maps sind billig, aber, ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Ähm, dann brauchst du vielleicht irgendwann eine dritte Job-Klasse oder eine vierte Job-Klasse und dann brauchst du Skills, Skills, puh, brauchst irgendeinen, irgendeinen Designer, der die macht. Und, also, ich würde sagen, es ist sehr viel, es ist sehr teuer, so eine Entwicklung dafür ist sehr teuer ähm, und ohne DLCs würde es nicht funktionieren. Also, selbst wenn man sagt, so, okay, einmalig irgendwie 40 Euro, 50 Euro, wenn genügend Leute das kaufen würden, ja, dann könnte man es darüber finanzieren, aber, wie gesagt, ich meine, ich glaube halt auch nicht, dass es, also, ich glaube nicht, dass die Nachfrage nach so groß ist, dass es halt wirklich lohnenswert wäre. Und deswegen denke ich, ich habe irgendwie so, ich glaube, ich weiß nicht, halt irgendwie so ein, so ein, ja, neues Flive im Prinzip, so ein Flive-inspiriertes Game, ähm, ich sage jetzt mal für 40 Euro und dann eben mit DLCs, sagen wir mal, wo irgendwie ein DLC dann eine Erweiterung in die 5 bis 10 Euro kostet, ich glaube, sowas ist ja dann echt ein realistischer Preis. Denn, ihr müsstet eben auch bedenken, 40 Euro kosten, gehen schon mal 20 Prozent, Umsatzsteuer runter und 30 Prozent Steam-Abgaben. Natürlich sind das nicht, kann man nicht komplett addieren, aber roundabout 50 Prozent sind einfach mal direkt weg. Und dann kommen die Unternehmer mit Steuern dazu. Nochmal 30 Prozent direkt weg. Ja, dann ziehst du nochmal 30 Prozent ab, bist bei, äh, 13 Euro, so in der, in der Umgebung. Das heißt, ähm, natürlich abzüglich, äh, Kosten vorher, klar, ähm, die muss man abziehen und dann quasi wird der Gewinn besteuert, aber, ähm, ja, ich denke, ihr wisst, was ich, worauf ich auch anspielen will, ähm, die Kosten sind, also, es bleibt nicht viel hängen. Natürlich, ja, nee, also es bleibt wirklich von, von einem Verkauf von 40 Euro bleibt nicht viel hängen. Ähm, deswegen, ich meine, klar, angenommen, es wird, sagen wir mal, tausendmal verkauft, ich denke, das ist sogar realistisch, sag ich jetzt mal, ein Flife-inspriertes Game, tausendmal verkaufen, ist machbar, äh, gut, ich meine, es sind halt 12.000 Euro, aber was sind halt 12.000 Euro, so, netto, ja, ähm, sagen wir, sagen wir, gehen von 20 Euro aus, die übrig bleiben am Anfang erstmal, so dieser, diese Mittelsumme quasi halt ohne Unternehmenssteuern. So, 20.000 Euro, aber wie viel kostet halt ein Design, der halt 100 im Ops designen muss, von Level 1 bis Level 120, plus Dungeons, plus Event-Mops, plus Bosse und, und, und World-Bosse und, whatever, was bleibt da übrig? Equipment muss auch designen werden, ja, also ein ganz großes Ding, ähm, Waffen, riesiges, das ist ein riesen Ding, wie viel kostet das? Ich denke, 30.000, 40.000 Euro, locker, das heißt, kann es sich eigentlich finanzieren. Ähm, ja, oder macht halt eben dann einfach einen simpleren Grafikstil, dass man halt sagt, okay, man drückt einfach dann so die Designkosten auf 10.000 Euro, wäre halt machbar. Aber ist es dann halt noch cool genug, interessant genug? Schwierig. Ich meine, klar, in Unreal wird es natürlich schon was hermachen, wird auf alle Fälle allein gut ausschauen. Ich meine, überleg mal, stell da einfach mal Minecraft, oder ihr kennt ja Minecraft, ohne alles sieht kacke aus. Ballast Schädereien, boom, einfach so ein Triple-A-Game gefühlt. Also, und bei Unreal ist es genauso. Stell doch FLY vor, mit Unreal-Shadern, mit Unreal-Wasserphysik, mit so, so, keine Ahnung, Nebel und so ein Stuff. Also, da ist die Grafik effektiv und die Auflösung auch irrelevant fast. Ich meine, du kannst halt wirklich mit Shadern und so alles geil ausschauen lassen. Es ist halt wie, es ist wie Autotune im Prinzip. Du kannst die größten Idioten hinhocken, machst ein bisschen Autotune drauf, brauchst einen guten Producer und der Typ klingt halt meistens trotzdem scheiße. Aber gut, ich meine, zumindest in dem Thema ist es halt besser. Da kannst du jede Kack-Grafik nehmen, Ballast Schädereien und GG. Effektiv also. Aber ja, das ist natürlich so ein großes Ding. Es ist halt für mich persönlich mit sehr viel Risiko verbunden. Denn, wie schon gerade erwähnt, die Kosten dafür, die sind verdammt hoch. als Entwicklungskosten dafür. Ich denke mal, für alles, man braucht auch ein bisschen Musik, man braucht ein bisschen Werbung, Marketing. Also ich denke, ich müsste eigentlich auf einen Schlag ungefähr 20, mindestens 20.000 Euro stemmen und das wäre ohne meine eigene Bezahlung noch. Und das ist halt wirklich auch ein dickes, dickes Risiko. Ja, und ich meine, was ist halt dann wirklich, also natürlich, es kann gut laufen, vielleicht kommt es gut an, das Kaufen, nicht nur Flyve-Spiele, vielleicht verkauft ich das 10.000 Mal. Kann sein. Ja. Dann bringt das Ding halt irgendwie 200.000 Euro bei. Warum? Ähm. Kann passieren. Aber was halt, wenn nicht? Wisst ihr, das ist halt so das Problem. Es ist eben sehr, sehr viel Risiko verbunden, halt wirklich von Anfang an all in zu gehen, halt wirklich direkt halt Kurs zu starten. Und ich meine auch selbst, selbst finde ich erst mal, ein paar kleinere Games mache. Das Risiko ist da. Ich meine, 20.000 Euro in Sunsetzen, das ist, das ist, das ist skand. Und eben mit so einem, ja, mit so einem indirekten Multiplayer, also im Prinzip eigentlich mit so einem erweiterten Singleplayer, sagen wir Singleplayer Plus oder so, oder so einen, so einen halben Koop-Modus, es ist halt echt schwierig. und ich meine, was passiert halt, wenn die Leute dann vielleicht einfach trotzdem irgendwas abusen, wenn die halt einfach dann nur ihr Equipment cheaten, auf welchen Art, auf welchen Weg auch immer. Natürlich würde ich es schwerer machen, aber ich kann es nicht unmöglich machen, das ist halt einfach nicht möglich. Aussicht synchronisiert, das Equipment auf einem Server aber würde funktionieren, aber dann würde es bedeuten, hat Online-Zwang. Ist halt auch wieder nur so mittelmäßig geil. Würde aber funktionieren, dann wäre es halt zumindest fair. Dann könnte man halt nicht irgendwie, also man kann trotzdem vielleicht, es gibt trotzdem vielleicht Möglichkeiten, wie man juppen kann. Man kann es halt sehr schwer unterbinden. Ich meine, ihr spielt alle schon lang live, ihr kennt ja halt eben die ganzen Storys. Klar, wenn man es ordentlich codet und so, dann ist es unwahrscheinlich, aber es ist halt nie unmöglich. Es ist halt, je komplexer das Spiel wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwann ein Wax existieren wird. Ja. Ihr könnt immer gerne Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich echt mal ziemlich interessieren. Und ja. Ich meine, vielleicht seht ihr so wie Kleiner Biskuit. Ich verstehe echt nicht, wieso viele eher für Multiplayer sind. Ich meine, 90% der Zeit ist man vielleicht doch eh alleine. Vielleicht mal ist Kruppe für höchstens Dangean. Sonst versucht man eh alles alleine zu rennen. Und das ist halt auch so der Punkt eigentlich. Das ist halt so die, die, die Sache. Und ja. Ich glaube halt, also ich persönlich habe halt was im Kopf, was halt eigentlich irgendwie schon witzig wäre. Und ich weiß halt nur einfach nicht, ob es das halt das Risiko wert ist. Denn finanzielles Risiko, wie gesagt, mindestens 20.000 Euro. Nummer zwei, mehrere Jahre Entwicklungszeit. Klar, man kann mit einer Beta starten. Man kann generell mal eine Beta irgendwie, also man kann erst mal mit einer Demo starten. Und dann halt eben eine Alpha oder Beta halt und so. Wo es vielleicht nur bis Level 60 geht halt oder bis Level 20 oder so. Und dann kann es sich ja abzeichnen, wie gut oder wie, 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 wie die Nachfrage wäre. Es kann sein. Ich meine, vielleicht bringe ich eine Demo oder sagen wir mal so eine Early Alpha raus. maximal Level 20 und das laden sich 30.000 Leute oder so. Und diese Zahl ist jetzt gar nicht mehr so krass aus der Luft gegriffen. Also kostenlose Spiele und Demos und so werden auf dem Team wirklich gut geladen oder aufgeladen. Ja, vielleicht ist das Feedback wirklich so groß. Vielleicht gibt es einfach auch außerhalb der FLY-Community wirklich Nachfrage danach. Aber bist du aber FLY-F einfach mit zwei Jahrzehnten nur zu alt. Das ist halt denkbar. Ich meine, geht da auch gut ab irgendwie. Also wenn man überlegt, die haben eine Million Dollar Umsatz in den ersten zwei Wochen gemacht. Das ist halt extrem. Andererseits haben die halt das Franchise, also FLY-F und es hat wieder andererseits einen Vorteil und so. Naja, das ist sehr schwierig.